Hallo, ich bin wieder MJ, wieder Emily und wir haben heute zwei Stargäste. Einmal Leonie, komm mal bitte auf die Kamera. Und Emily, sie hält gerade die Kamera. Ja, äh, ja. Wir machen jetzt Challenges und zwar, eine stellt von uns die Frage, der andere steht da und drunter. Und, ähm, ja, wenn man die richtig verantwortet, hat man Glück und wenn nicht, perfekt. Okay, also, ich würde sagen, wir fangen an. So, ja, die Frage. Ja, also, nenne mir eine Sache, die du so, sag ich jetzt mal, von einem Pferd kennst. Ähm, also, ein Pferd mit Karotten, sehr gerne und Äpfel sägeln auf Zuckerwürfel. Und, äh, es kann verschiedene Galopparten, also einmal Galopp, tritt fast und ja. Richtig. Richtig. Also, Emily, dann sag mir mal bitte eine Sache vom Mond. Also, zum Beispiel eine Zeit. Ich sag. Phasen besser gesagt. Toll, das ist das. Naja, also jetzt im Winter, sieht man den Mond schon. Also, ich hab mich nur um die Uhrzeit gesehen. Einfach nur eine Phase. Dann kommt nachts. Falsch. Scheiße. Wuh. Falsch. Los. So, Emily. Jetzt sag mir mal, wie man spürtet Pferde. Was ist denn eine Worte? Spürtet Pferde. Äh. 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 Ich hätte gesagt. Äh. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Sag erst die Antwort. Und nein, es ist ein Muster. Wuhu. Juhu. 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 Äh, Leute, wartet mal, wundert euch nicht, was das, oh, diese Farbe hier ab und zu zwischendurch ist. Das ist, wenn wir atmen. Das, das hat diese komische Farbe. Und übrigens heißt auch, Emily findet das. Ja, genau. Ja. Hier sind mit wenigstens zwei Emmys. Und der nächste. Action. Was weißt du, äh, über Minecraft? Ich weiß, dass es viele verschiedene Tiere gibt. Dass man da Pferdi-Fäuber bauen kann. Und da gibt's auch eine Überlebensordnung. Okay. Das ist alles richtig. Und noch eine Frage. Wie kann man Pferde zischten? Juhu. Juhu. Da ist nur eine Frage. Voll unfair oder was? Juhu. Juhu. Ja, man nimmt einen Apel. Naja, wie züchtet man die erst? Na, züchtet man, wenn die sich fahren, ne? Ja, genau. Man nimmt einen goldenen Apel und geht dann halt auf die Pferde. Aber die dürfen nur gezähmt sein. Sonst geht's nicht. Ich muss auch schnell weg hier. Action. Hallo Leute, das ist jetzt wieder unser Ende. Und ja, erst werden wir drei in zwei geschüttet. Dann werden Amy und Amy geschüttet. Und ja. Bis alle einmal unten waren. Es ist... Action. Let it snow. Also Leute, das war's von uns. Und ja. Juhu. Wuhu. Also... Ja. Ja, also ich hoffe es hat euch gefallen. Ja. Also dann, ich hoffe es hat euch gefallen. Bye. Bye. Bye.